Die USA rutscht 2024 in die Rezession. Das ist nicht nur eine Aussage, die wir jetzt hier mal ganz spontan auf dem YouTube-Kanal tätigen, um vielleicht noch ein paar Klicksakt zu bekommen, sondern das sind auch Aussagen, die internationale Analysten, auch teilweise von großen Banken, schon häufig im letzten Jahr von sich gegeben haben. Warum? Natürlich nicht nur aus Lust und Freude, sondern weil die Zahlen ganz klar dafür sprechen, dass die sogenannte Soft Landing, also quasi, ja, jetzt wieder die Zinsen zu senken und dann ist alles in Ordnung, dass es gar nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht in den USA und auch insbesondere bei der FED schönreden möchte. Ob ihr Soft Landing oder Hard Landing, sprich eben eine Rezession und welche Folgen das Ganze dann haben könnte, auch für uns hier in Europa, darüber möchte ich heute sprechen mit Wolfgang Seibold. Wolfgang, du bist Chef-Investor bei Axino Investment, hast 35 Jahre Investment-Erfahrung, hast dir heute wieder die Zeit genommen, mit uns über unser Thema Geopolitik, Börse und vor allem Gold zu sprechen. Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Wolfgang, wir machen es einfach mal, ein ganz seichter Start in das Interview. USA, Rezession, ja oder nein, in den nächsten Monaten, was wird sich herausstellen? Also ganz klar, ja, die Rezession kommt. Es wird kein Soft Landing aus meiner Sicht geben und vielleicht geht es in das zweite Halbjahr 2024 rein, aber wir werden auf jeden Fall harte Zeiten erleben, auch in Deutschland. Man hat jetzt schon wieder gelesen, die Insolventen gehen hoch. Wir haben jetzt schon wieder gesehen, ja, dieser Häusermarkt funktioniert auch nicht mehr so. Also diese Auswirkungen einer extremen Zinsanstiegsphase, wie wir sie letztes Jahr gesehen haben, die ist noch nicht ausgestanden, die kommt erst noch. Und das wird richtig wehtun, glaube ich, allen Staaten, aber speziell eigentlich hier im Westen. Und da sehe ich auch das große Manko für dieses Jahr. Ja, man sagt ja nicht umsonst, die Auswirkungen solcher Probleme, die kommen einfach teilweise 12, 13, 14, 15 Monate später. Und das ist eben das, was wir jetzt deutlich sehen werden, glaube ich, auch in 2024. Also das Problem ist ja, viele wissen gar nicht so ganz, was bedeutet denn jetzt die Rezession, vor allem auch für die Märkte im Allgemeinen. Man sagt, ja, die USA, die rutscht vielleicht in eine Rezession oder nicht. Und für viele Marktteilnehmer ist das ein bisschen ein Wort. Warum? Naja, weil eigentlich lief in den letzten zehn Jahren ja überall auf der Welt alles glatt. Ja, die Kurse, die gingen immer nur hoch. Und gerade Investoren in meinem Alter, ja, lassen wir jetzt mal deine Generation da raus, aber in meinem Alter kennt man ja eigentlich nur steigende Kurse. Da hat man immer gesagt, investier, egal in was, es wird schon hochgehen. Die Frage ist, wie sehr? Die Zeiten werden sich wahrscheinlich ändern. Was bedeutet eine Rezession jetzt vielleicht ganz konkret auch für unsere Rohstoff- aber auch Edelmetallmärkte? Also es ist so, man muss ja ein bisschen trennen bei den Industrierohstoffen, ja. Wenn eine Rezession kommt, werden natürlich die Preise auch nicht durch die Decke gehen. Zum einen, wenn es, sage ich mal, Angebot und Nachfrage aber ins Spiel kommen, dann muss man vielleicht wiederum anders denken, ja. Und wir sind ja Rohstoffexperten. Wir wissen ja, was in dieser Branche läuft, im Bergbau, nämlich zu wenig. Zu wenig wird exploriert, gefunden und dann auch in Betrieb genommen. Wir kriegen Shortage, also eine Angebotsverknappung in fast allen Metallen, aber auch ganz speziell bei Kupfer. Und wir könnten uns auch vorstellen, dass eigentlich eine Rezession einhergeht mit steigenden Preisen. Und dann werden sich sehr viele Leute eigentlich wundern. Und dann tut es noch umso heftiger weh. Und wenn wir das Ganze jetzt mal weg von den Industriemetallen, was ja durchaus eben aufgrund der Nachfrageangebotssituation, die ich ja häufig hier auf dem Kanal schon beleuchtet habe, widerspiegeln wird. Wie sieht es denn vielleicht bei den Edelmetallen aus? Insbesondere, lass uns mal über Gold reden. Wenn es jetzt heißt, ja, die USA wäre ganz offiziell in einer Rezession, was würde passieren aus deiner Sicht? Es ist ja so, wir sind ja global alle immer noch sehr hoch verschuldet. Alle Staaten, teilweise auch private Haushalte, auch die Amerikaner mit ihren Kreditkarten. Das ist ja alles exorbitant ein wenig aus dem Rude gelaufen. So, jetzt haben wir steigende Zinden gehabt letztes Jahr extrem. Auch diese Auswirkungen im privaten Bereich sind aus meiner Sicht noch nicht ausgestanden. Das heißt, wir werden Insolvenzen haben, wir werden auch Pleiten haben. Und da wird auf jeden Fall nur eine Lösung funktionieren, nämlich Gold oder Silber, sprich Edelmetalle, als Hedge für dieses Szenario, für eine Phase, wo einfach die Karten am Tisch neu gemischt werden. Okay, und jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel auch Öl, ja, wird ja nicht umsonst das Schwarze Gold genannt. Und Egon von Greyers, der ja hier auch sowohl in Person, aber auch seine Artikel schon häufiger auf dem Kanal mal zu Gast waren, der sagt ja auch, da ist eine ganz klare Korrelation zwischen Goldpreis und Ölpreis zu erkennen. Nun nehmen wir mal an, der Punkt kommt wirklich, dass der Goldpreis sich nicht mehr halten kann. Wir haben ja im letzten Video auch schon mal darüber gesprochen, dass irgendwann mal diese Schwelle erstmal übertreten werden muss. Viele Banken sind vielleicht short auf Gold, können Gold gar nicht hochgehen lassen, ohne selber Pleite zu gehen. Aber angenommen, es wird wirklich der Tag kommen, von dem wir ganz stark ausgehen, wo der Goldpreis einen ordentlichen Sprung macht, schauen wir da vielleicht mal auch zum Ölpreis, der gegebenenfalls auch aus anderen Gründen mitziehen könnte. Was passiert denn dann mit uns? Also mal unabhängig von Anlegern, die ja dann vielleicht vom Goldpreis oder vom Goldminen oder vom Ölpreis profitieren, was passiert denn dann vielleicht mit dem normalen Bürger? Was ist das Stichwort Inflation? Kann man das dann einfach noch alles so bekämpfen? Die FED sagt einfach Zinsen hoch, Zinsen runter. Die Welt wird sich doch verändern. Also wir hatten ja schon andere Jahrzehnte mit hoher Inflation. Und zwar nicht nur über ein paar Wochen oder Monate, sondern über Jahre. Das haben viele vergessen. Das war in den 70er Jahren, so in den 80er Jahren, ich glaube sogar auch in den 90er Jahren. Dieses Szenario können wir einfach nicht ausschließen. Und ein Treiber von Inflation kann natürlich, wie du sagst, schon auch der Ölpreis sein. Auch da wiederum muss klar nochmal das Thema Geopolitik angesprochen werden. Wir haben halt doch auch Saudi-Arabien, diese ölproduzierenden Länder, eher auf der BRICS-Seite stehen als bei den Amerikanern oder bei den G7-Staaten. Auch da könnte ich mir gut vorstellen, dass gerade der Ölpreis als Hebel benutzt wird, um dem anderen quasi zu schädigen. Und klar, wenn der Ölpreis durch die Decke gehen sollte, haben wir die Inflation zurück bei einer zurückgehenden Wirtschaftsleistung. Dann haben wir ein kleines Chaos. Ein kleines Chaos ist natürlich gut gesagt, gut formuliert. Aber am Ende des Tages wird sich das auf viele Menschen, glaube ich, merkbar und auch schmerzhaft durchaus auswirken. Was empfiehlst du denn vielleicht jetzt mit deiner 35-Jahre-Investment-Erfahrung? Du hast schon viele Szenarien mal mitbekommen, hast dich natürlich auch viel mit der Vergangenheit beschäftigen müssen. Weil als Investor lernt man vielleicht aus der Vergangenheit nicht, wie die Zukunft auf jeden Fall läuft. Aber man kriegt einen kleinen Indikator dafür. Was wäre jetzt vielleicht auch gerade für Privatanleger ein guter Schritt, gerade wenn man jetzt auf 2024 guckt? Das kann man ja nicht so klar beantworten. Das hat ja funktioniert die letzten 10, 15 Jahre mit ein paar Auf und Abs und kleine Dellen wie dann Corona und, und, und. War ja eigentlich das schon alles einfach zu machen an der Börse. Und die Frage ist, geht das so weiter? Kann das so weitergehen? Ich glaube nein, aber wissen tue ich es natürlich auch erst dann, wenn wir es erlebt haben, die nächsten Jahre. Aber die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass es so nicht mehr funktioniert. Es ist ja immer so, wenn der kleine Mann auch meint, an der Börse kann er jetzt die Millionen verdienen, dann kippt eigentlich die Börse. Das, glaube ich, wird sich auch nach wie vor so bewahrheiten. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ich würde eher in Cash gehen oder in Edelmetalle. Ich würde schauen, dass man eher Dinge, sage ich mal, auch kauft und investiert, wo vielleicht nicht dieser Schwankung unterliegt. Aber den Trend, den wir jetzt gesehen haben, so weiter anzunehmen, das, glaube ich, ist ein hohes Risiko. Also okay, du sagst Gold, du sagst Cash. Jetzt ist es ja so, Bitcoin ist ja durchaus auch ähnlich wie Gold. Ein hartes Asset hat andere Vor- und andere Nachteile. Das ist nochmal ein völlig anderes Thema. Aber siehst du Bitcoin und vielleicht auch eben die Bitcoin-Miner, so wie wir vom Gold auch immer vom Mining sprechen, auch als mögliche Option? Oder wie stehst du dazu? Ja, durchaus. Also du hast ja gerade gesagt, Bitcoin hat ja auch gewisse Vorteile als nicht so einfach dilutierende Asset-Klasse, Anlage-Klasse wie Gold, halt als digitale Lösung. Das sehe ich auf jeden Fall. Aber diese Bitcoin-Spekulanten, muss ich jetzt mal sagen, die sind mir auch zu euphorisch und auch immer zu extrem. Und da ist es ja ähnlich. Da kommen dann Events, die werden dann quasi an die Pinnwand genagelt. Jetzt zum Beispiel diese Woche soll ja die Entscheidung der SEC kommen, ob diese Bitcoin-ETFs zugelassen werden oder nicht. Das mag ja ein Event sein, aber das wird mir zu sehr gehypt. Was passiert, wenn dieser Hype genutzt wurde von den Antragstellern, um im Vorfeld ihre Bestände abzubauen? Also die Anleger, entschuldige bitte, aber die jüngere Generation, die geht mir zu naiv mit Börse um. Börse ist nicht mehr so, wie ich sie gelernt habe. Börse ist und bleibt manipuliert. Das habt ihr doch alles auch gesehen. Elon Musk sagt, ich steige in Bitcoin ein, Bitcoin geht durch die Decke. Bei 60.000 Dollar kommt dann die US-Bank und sagt, wir haben jetzt Derivateinstrumente eingeführt auf den Bitcoin. Ich sage, kannst du nachprüfen, jetzt musst du short gehen, weil die können es auch. 60.000 war der Höchststand, seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt sind wir wieder Richtung 60.000. Ist alles okay. Ich will in Bitcoin nicht schlecht reden, aber seid bitte nicht ganz so naiv in der Annahme, wo die Kurse hingehen. Es kommt meistens immer anders, als man denkt. Das ist, glaube ich, ein gutes Sprichwort und auch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Wolfgang. Wenn ihr, liebe Axino Capital Investoren Community, Fragen habt an Wolfgang, an uns oder generell zu dem Thema Edelmetalle und Rohstoffaktien, mehr von uns wissen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Lasst einen kurzen Kommentar da und dann freuen wir uns, wenn ihr zum nächsten Mal wieder einschaltet. Wolfgang, ich danke dir und ich freue mich, wenn du zum nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich danke dir, Jan, und bis zum nächsten Mal.